Scheiß drauf! Es gibt bessere Mittel und Wege! Du kannst dich nicht mehr von mir verstecken! Ich bin so weit gekommen und habe alles verloren! Ich komme, Serano! Ich komme, um dich zu töten! Was? Halt! Nein! Du bist nichts, Junge! Solange du nur tot bist, ist mir egal, was ich bin! Trishka! Alles wird gut, Süße! Ich bring dich heraus! Ist er... Ist Serano... Serano ist tot! Und er hat echt gelitten! Er hat für jedes seiner Opfer bezahlt! Für jeden Unschuldigen, den ich töten musste! Ich weiß, er hat dich manipuliert, Grey! Ich weiß es! Ich gebe dir nicht die Schuld! Du bist ein wertloser Niemann, Junge! Oh, Shit! Was? Ich weiß es! Wie soll's gerastet, Cooper 4? Nein, 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 nein! Nein! Was zum Teufel! Was? Was? Wie? Was? Wo? Hallo? Hallo! Oh! Oh! Hallo? Oh, verdammte Scheiße! Ja, das kann man wohl sagen. Weg hier rein in die nächste Katastrophe! Jetzt warte doch mal! Boah, so ne Affenpisse! Da lebt der Penner noch! Ich glaub's ja nicht! Mann, 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 Mann! Da fliegt mir echt das Blech weg! Ist übrigens grad mitten in der Nacht und ich schreie hier grad alles über, weil ich so aufgeregt bin! So, alles voll, alles voll, alles voll! Wir haben 4000, da könnten wir der hier mal, der Flaygun, spenden wir mal ein Ladungsupgrade und das Magazin voll. Ach! Und die Bounduster, ja, die kriegt sowieso ein Ladungsupgrade. Ach, Scheiße, die hätte man zuerst nehmen sollen! Egal! Nö! Nö! Schub! Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern! Jetzt müssen die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesen Planeten katapultieren! Scheiß drauf, wir versuchen's! Wir haben doch eh nix zu verlieren! Ach, Scheiße, sieht's hier scheiße aus! Oh, Hände! Oh, wie ist das? Die Echotik-Halke ist in der Nähe! Na los, Sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen! Sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen! Sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren! Nur damit du es weißt! Ah, kurz warten, bringt weiter geht's! Na, jetzt! Was mit ihm? Matrix-Kamera! Ja, ja, Vollsorgungskapsel hab ich keine Zeit für! Die Nase sind schon eingeleitet! Wir sind am Arsch! Noch ist Zeit! Bewegt ein Arsch! Füre die Pfeifen sind für die Korruption! Reißig sind die Pfeifen für die Korruption! Weiß Gott, weißt du nicht! Wir sind an die Pfeifen gesorgt! Ja, ey! Wollang? Mann, scheiße. Ah, die Hackfresse. Boah. Okay. Los geht's. Das war's. Ach du Scheiße. Ich bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du, du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Grey. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Grey. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Well, Oliver, Ishi. Sie sind mir gefolgt. Ich... ...hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? ... ... ... ... ... ...